Also, ich mag solche Schummelsachen eigentlich gar nicht, aber, äh, das nervt jetzt nur. Ich will einfach nur was holen und mich nicht ständig da durch den Neter kämpfen müssen, mit diesen scheiß Idioten da. So. Okay. Dann kann ich jetzt mal, hoffentlich doch in... ...in aller Ruhe. Ne, das wollte ich jetzt gar nicht. Wollte eigentlich nur das Feuer hier ausmachen. So. Ach, da vorne ist das. Ja, genau. Da will ich jetzt gerne mal eine Treppe hinmachen. Das haben wir ja mit Fackeln markiert, damals mit Tülsoft noch. Und, ähm, einfach mal den Weg anlegen. Boah, das... Also, echt, ey. Ich könnte mich schon wieder drüber aufregen. Oder immer noch. Da will man einfach nur mal hin. Also, ich meine, es ist ja in Ordnung, dass der Neter gefährlich ist und so weiter, aber, ähm, wenn man dann überhaupt nicht vorankommt, ne, dann bringt's auch nix. So, da kann ich mal was wegbauen. Ja, genau. Und dann werde ich hier einfach mal... ...so eine Treppe hinbauen. ...noch eins. Okay. Ach, guck mal. Passt doch. Genau, das... ...ja, das sieht man da auch noch. Okay. So. Dann kann ich da hoch. Und dann hier, also, falls ich da jetzt noch mehr... ...ich mach da mal noch der Fackel hin. Damit man das auch sieht, aber das sieht eigentlich... ...ja, das gefällt mir ja nicht. Eigentlich gar nicht so gut, was ich hier mache, denn wenn sich da drin Lava verbirgt, dann... ...krieg ich die gleich wieder auf den Kopf. Aber ging ja alles gut. So, es geht weiter in diese Richtung. Ja, da kann man so... ...ja, hoch, aber auch nicht gut. Oh, Moment mal, da hab ich ja... ...da hab ich ja was Interessantes, was ich brauchen kann. Aber dafür mach ich mir ja doch eigentlich die Pflanzen. Und davon hab ich auch schon was. Also eigentlich kann ich... ...auf das jetzt hier verzichten. Aber jetzt, wenn ich schon da bin, komm, dann nehm ich das jetzt noch mit. Das ist aber ganz schön viel. Ja, doch, Moment, ich brauch hier noch viel davon. Weil ich ja, ähm, Diorite draus machen... ...kann und auch muss. So, jetzt haben wir endlich mal... ...alles gefunden. Jetzt muss ich nur noch rauskommen hier. So. Ach, da ist noch mehr. Ne, das will ich jetzt nicht. So, da wo die Fackeln sind, da muss ich hin. So, da noch weiter. So, und dann in diese Richtung. So, da steht meine Kiste. Und da hab ich sogar Rüstung. Ey, Mann, Rüstung drin. Ja, ich lass die mal so jetzt. Ich hab schon neun Erfahrungspunkte wieder. Okay. So, und hier ist der... Da waren wir ja schon mal, wegen, wegen, ähm, diesen Stäben. Hier, da ist der. Spawner. Und da hab ich mich dann immer versteckt. Okay. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Und zwar... Let. Normal. Wandskling. Okay, ich will auf... Was? Normal. Wandskling. Fredelig. Ja, okay. Ich will auf Let. Auf Leicht. Hat's das jetzt gespeichert? Moment. Ja. Da hört man sie ja schon. Ich glaube, über mir sind jetzt auch welche. Ja, das sind schon die ersten. Au. Au. Ach, und jetzt kommt da wieder so einer daher. Autsch. Nee. 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 Nein. Einfach nein. Wenn dann gleich schon wieder so ein Typ da ankommt, die, die, die Semanticor, dann... Ah, nee. Echt nicht. So, aber was machen die jetzt? Kommen da jetzt überhaupt noch welche? Hm, das könnte ein Problem werden. Das sieht nämlich gar nicht mehr kommen. Ich sehe nämlich jetzt gar nichts mehr. Also, dann muss ich mir da was anderes ausdenken. Hm. Ah, ich habe eine Idee. Da oben ist ja... Ach, da oben ist ja auch wieder. Ich habe noch ein bisschen was von dem Zeug hier. Dann mache ich hier oben... Einfach mal zu. So. Den Schild habe ich gar nicht benutzt. Ja, ich kam ja gar nicht dazu. So. Einfach mal hier alles dicht machen. Dann sieht man mich hier nicht. So. Ähm. Ich mache auch da mal dicht. Dass hier kein Gezieferzeug rein kann. Und da lasse ich offen, weil das ja mein Fluchtweg sein soll. Ähm. Ja. Gut. Dann versuchen wir es nochmal. Und wehe, da kommt gleich wieder so ein Manticore. Aber wahrscheinlich brauche ich nicht lange drauf zu warten. Dann kommt er wieder. Boah, die haben jetzt mal daneben geballert. Nicht, dass ich da noch reintrample dann. Okay. Ich will doch mal den Schild ausprobieren. Ah. Boah, die haben jetzt mal einen Schild ausprobiert. Oh, der hat nichts gegeben. Außer so ein, so ein Inferior-Dingsbums. Jetzt mache ich gerade mit dem anderen Dolch, aber... Ja, ist egal. Der liegt gerade günstig. Ah, nein. Okay, das war gut. Also zumindest habe ich den erwischt. Aber habe ich auch was bekommen? Ja, ein, ein, ähm, eine Lohnroute habe ich immer hinbekommen. Oh, der ist noch an. Oh, ja. Jetzt kommt er mal her hier. Autsch. Ich brenne wieder. Aber zum Glück nicht lange. So, ich habe auch wieder was gekriegt, aber leider... Also, die geben ja Lohnrouten, manchmal so ein Inferium. So ein Inferium-Essenz. Oh, da, da liegt der noch mal. So, und manchmal auch so einen, einen Lohn... Lohnrouten. Oh, das ist ja richtiger Kampf wieder. Also, Kampf mache ich jetzt nicht gegen die Dinger, sondern die... Ähm, auch noch so richtig anstrengend. Autsch, ja, ist ja gut. Oh, ey, das, das ist, ähm... Oh, hey. Das ist doch richtig schwerst, aber ich hier. Gib doch mal was Vernünftiges hier. Ja, das ist auch gut. Aber, ähm... Ich hatte doch mal... Autsch. Als ich bei Amiga-Link war, da hat man doch mal einen Trick angewandt. Da hat er so ein Gitter dahin gemacht. Und dann... Haben die mit ihm das Gitter geballert, und wir konnten sie so abschießen. Oder, äh... Aua. Angreifen eben. Ja, das müsste ich hier auch machen. Aber von allen anderen werde ich jetzt echt in Ruhe gelassen. Okay. Ach, da oben ist noch einer. Ein... Ein Ghast. Ups. Nein. Ich muss hier wieder rein. Ach. Okay, den hab ich. Hat's auch was gebracht. Oh ja, da haben sie einen Bluten. Sehr gut. Für einen Sammel brauchen wir vier Stück. Vier Stück. Autsch, ja. Brennt's auch. Ich brenne schon wieder Lichter. Jetzt kommt die offene Anzeigen. Wow, wow. Das ist nicht gut. Boah, natürlich muss der mich wieder... ...erwischen. Ah, das war ja klar, das... Ah. Na gut, ich muss hier das Risiko hier reingehen. Ah. Dennoch gefällt mir das nicht. Ja. Jetzt hab ich wieder... Jetzt hab ich wieder so'n Ding. Ähm, ja. Ja. Ich wollte doch gar nichts... Nichts Aufregendes mehr heute Abend. Äh, also ich steck mich mal in eine neue Rüstung. Oder nee, muss ich gar nicht. Das liegt ja alles da. Ich werde einfach den... ...den friedlichen Modus wieder anschalten. Ähm. Da. Und mich dahin teleportieren. Äh, da. Nee, der Portal. Und rein da. Ich muss natürlich auch wieder hinlaufen. Oh, das ist ja echt anstrengend. Und einfach so nervtötend. Kann ich mir den hier einfach so dazugeschummeln? Ja, doch. Kann ich natürlich schon, aber... Hä? Ähm. Nee. Das stinkt irgendwie. Aber ich will lieber was bauen als kämpfen. Das ist einfach so bescheuert und doof. Weil wenn ich das wollte, könnte ich es auch... Könnte ich mir auch ein anderes Spiel dazu nehmen. Warum muss hier überall Feuer sein? Ja, weil ich beschossen wurde von einem Gast vorhin. Da laufe ich doch nur wieder rein, wenn ich auf der Flucht bin. So, mach weg das Zeug hier. Du auch. Hm. Das Dumme ist nur, haben wir ja gesehen, wenn ich auf friedlich schalte, dann sind da überhaupt keine Monster da. Da ist gar nichts. Äh, ich könnte höchstens noch in den Game-Mode gehen. Das stinkt aber genauso. Wo muss ich hin? Da lang. Äh. Hehehe. Ja, oder... Also komm, ich will ja nur mal ein paar so Lohnrouten haben. Und dafür gleich so einen Aufwand betreiben mit... mit Feuerresistenz tränken und so weiter. Oh, ich hatte ja auch so viele Erfahrungspunkte. Naja, gut. Auf die kommt es mir jetzt nicht an. Ach, dafür habe ich wieder sieben. Ähm. Ich glaube, neun hatte ich dann insgesamt. So. Das wieder anziehen. Äh. Oh, das wieder... Ach, der Hucksack. Ja. Haha. Genau. Äh. Das machen wir jetzt mal dahin. Und was zu futtern dahin. Oh. Ich fürchte, der Helm ist kaputt. Wo komme ich denn jetzt überhaupt her? Von da vorne? Nö. Da müsste da ja die Kiste stehen. Doch, aber ich muss von da vorne gekommen sein. Denn hier geht es ja nicht irgendwo mehr weiter. Ja, ja, doch. Ich bin hier schon richtig. Also laufe ich nochmal hin. Ich will einen Helm aufsetzen. Moment mal, ich habe den Schild ja doch in der verkehrten Hand. Da fällt mir gerade auf. Schild? Dahin. Jetzt habe ich zwei Schilde. Ich brauche aber nur einen. Ja, das... Das reicht so. Ja, ich fürchte, auf diese Weise müssen wir uns durchkämpfen. Als sei denn, ich gehe doch in den... Dings-Modus. Ach komm, aber das stimmt doch auch. Äh, nee. Habe ich da eine... Ja, genau. Ist jetzt gerade so weit, dass ich das brauche. Moment mal, ich kann aber... Das da... Und das da... Hier hin. Na, dann versuchen wir es nochmal. Ja... Wie viele Lohndroten habe ich denn jetzt? Ähm... Drei. Ich setze es mal hier da oben in die Ecke, dass ich das dann gleich sehe. Eins davon und drei Lohndroten. Ach... Das ist nicht gerade viel, ne? Aber... Aber... Hm... Wenn ich das auch noch alles zubauen würde... Dass die da nicht rauskommen und nur dahin... Aber ich muss ja auch rankommen können. Ja, Moment mal, da muss ich... Ah, ja doch. Okay, ich werde jetzt mal was machen. So, das kann ich dann... Hier zubauen. Das mache ich jetzt aber... Tatsächlich noch im... Im friedlichen Modus. Da hinten... Dürften sie eigentlich nicht rauskommen. Mir wird gleich der Stein ausgehen. Fürchte ich. Da muss ich eben noch was abbauen. Das ist ja kein Problem. Okay, dann...